hallo mein lieben freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge in der land so ich bin hier am mistladen hier noch ein bisschen gegenseit sollte das nicht so nicht schlimm ich glaube nicht, dass alles hier auf dem Feld verbraucht wird ich muss die verteidigung dazu sagen, der ist ja nicht gebaut für die Bronte hier das ist ja nicht so schön Wenn die Felder alle mit Bissen füllen, das wäre super. Super! Obwohl das keine, beim Stahl habe ich immer noch nicht gewusst. Ich meine, das sind noch Soja-Bohnen. Ich meine, das ist aber ein bisschen später. Das nennt sich ja nichts. Mascheren wir hier alle bergen. Ja, ich habe meines Bisschen die Bisschen. Das sind wir nicht die Bisschen. Wir machen das jetzt wirklich – wir machen das bei mir. Wir machen das jetzt mal. Wir machen die Bisschen wie zwischen Bisschen und Bisschen. Wir machen das jetzt nachher etwasbait. Das muss man nicht verstehen, ne? Aber ich find's halt eben natürlicher, wenn man durch die Gen schaut. So, laden wir noch mal ein bisschen hier. Das Platz haben wir wieder. Ich hab alles viel schlitzend hier drauf. Ich hab alles viel schlitzend hier drauf. Könnte eng werden. Ich hab alles viel schlitzend hier drauf. Ich hab immer Angst, ich bin mit den Stangen da. Gegen den Streuer dörren, ne? Da sind die Bretter kaputt. Ah, das ist doch unnötig Arbeit. Kommt's hier doch aus wie Sau. Das ist der Dätsch, der ist der Knopf. Das muss ja nicht sein. Das war's. Vielleicht ist er so ein paar Worte. Tschüss! Weg die Kschmerzen. Vielleicht schlitzend hier bei der Kschmerzen! Zum Glück! Gonnaen Sie uns jetzt ein paar Kühe. Ich hab alle Gäste! Ich hab alle Gäste! Ich hab alle Gäste. Ach, weil alles gut. Ich hab alle Gäste. Gäste. So bin ich die auch los, oder stimmt? So bin ich die auch los. So bin ich die auch los. So geht es auch wieder her. So bin ich die auch los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020